hi ich habe jetzt schon ich glaube seit einem halben jahr das bürger bushcraft plus plus hätte auch schon einige schon einige reviews darüber gesehen die ging von gut bis schlecht also dazwischen also ich bin da zwiegeteilt weil es ist weder richtig gut noch ist es richtig schlecht irgendwo dazwischen ich würde den zustand zwischen gut und scheiße ansiedeln also geiße ich komme näher mit dem messer also die maße sind im internet verfügbar das muss ich jetzt hier nicht aufzählen man sieht es hat schon einige gebrauchsspuren allein schon hier die scheide die scheide an sich gefällt mir sehr gut auch hier dieser diese gürtelschlaufe die ist sehr stabil ist recht ordentlich verarbeitet jetzt nichts tolles aber es ist so im bushcraft das deal gemacht und da viele messer diese maße haben kann man auch variieren und dann ein anderes messer da rein tun aber es geht ums besser mit dem micata griffschalen dem loch für den lanyard und da muss ich wieder zu sagen da bin ich ein verfechter davon kein lanyard denn ich mag die dinger nicht wofür braucht man das damit was hier dran macht und man rutscht ab das ding schwingt und schlägt dir selbst in den arm ins bein oder sonst wohin wenn es mir runter fällt fällt es mir runter dann kann mir nicht viel passieren also lanyard für mich tabu also wenn ich ein messer nicht festhalten kann dann nehme ich am besten gar keines in die hand so einfach ist das so es soll 440 c stahl sein das kann ich nicht bestätigen aber auch nicht bezweifeln dafür fehlt mir die möglichkeit das nachzuvollziehen was ich aber sagen kann war das messer kam sehr stumpf out of the box wie man so schön sagt war ungleich mäßig angeschliffen das heißt also es ist kein richtiger scandy der skandinavische anschliff sondern ja die eine seite war mehr hochgezogen die andere war etwas weniger hochgezogen und das musste ich selber beheben wie man das sehen kann ich bin da kein messerkünstler aber jetzt ist das messer einigermaßen scharf die mikrater griffschalen geben einen guten griff oder grip da ich da ich also ich hatte in anderen videos schon gesehen dass einer gesagt hat er hätte gesehen wie versuchten wie jemand versucht hat mit einem messer mal reifen aufzustechen ist dabei abgerutscht und hat sich die hände bis auf die knochen aufgeschlitzt entschuldige wenn ich das sache das ist dem typ richtig oder recht geschehen erstens sticht man keine reifen auf zum zweiten wenn du an einem messer abrutscht dann bist du selbst schuld weil dann hast du dich richtig festgehalten also teilweise wurde in reviews bemängelt dass ein finger guard eventuell fehlt ich sag mal so ich sehe das hier und mir reicht das schon ich muss messer richtig fest anpacken wenn ich benutze ganz einfach sonst lasse ich das mit den messern und dann gehe ich oder gehe ich in der oper oder ich trete mich nicht outdoors rum messerschere gabellicht sind für kleine kinder nicht ganz einfach so für mich finde ich habe übrigens messer nummer 1080 weiß ich ob das gut oder schlecht ist für mich ist das eigentlich ein woodlore klon wurde auch in vielen anderen foren in reviews gesagt stimmt so haben sie auch recht gar kein thema aber wenn wir uns manche messer angucken viele sind irgendwie gleich irgendwo wird halt schon mal was abgekupfert das ist auch bei autos erkennbar das ist ganz klar und so hat halt böcker auch schon mal ein anderes messer abgekupfert und zwar das von becker das biquet ziemlich dreist inklusive den griffen und na gut böcker versucht halt gerne etwas original detroit nachzumachen für viele ist es nicht schlecht weil es günstiger ist so also ich habe das messer nachgeschliffen jetzt ist es ein bisschen scharf bisschen ist gut und dazu sei gesagt der der die schalte ist für rechtssender da geht jeder handelsübliche gürtel durch jetzt kommen wir mal zum kleinen test und jetzt mache ich etwas was ich eigentlich überhaupt nicht mag das ist beton also ich meine ich die Jetzt werde ich versuchen, mich hier durch diesen Ast durchzuhacken oder zu klagen. Und jetzt werde ich versuchen, mich hier durchzuhacken oder zu klagen. Und jetzt werde ich versuchen, mich hier durchzuhacken oder zu klagen. So, also diese typischen Bushcrafter Techniken hat es eigentlich drauf, vom normalen Schnitzen. Und jetzt versuche ich, einfach bei sonst nichts zu machen. Okay. 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 so das fazit zu diesem messer für mich ist jetzt habe ich doch was vergessen verdammte scheiße noch mal rucksack Das Böker Bushcraft Plus kam mit diesem Feuerstahl hier, ähm, kommt mit dem Feuerstahl an in so einer Aluhilse und wie man sieht, der ist schon ein bisschen benutzt und das Problem bei diesem Feuerstahl war, äh, nicht beim Feuerstahl, sondern beim Messer, dass bei diesem Feuerstahl hier an einer Kette ein, ähm, ich muss es im Englischen sagen, eine Hacksaw Blade dran war, ähm, und die ist voll für den Arsch. Bei diesem Messer war kein 90 Grad Winkel angeschliffen, ich weiß nicht, was da angeschliffen war, auf jeden Fall waren es keine 90 Grad, ich bekam damit keinen einzigen Funken von diesem Feuerstahl zustande, also habe ich das hier angeschliffen, das hatte ich ja gerade eben schon mal gezeigt, hier oben, also gezeigt, als ich die Seriennummer gezeigt hatte. So, und jetzt. Und jetzt versieht er seinen Dienst, ganz, wie es eigentlich sollte, wie es ein Messer tun sollte. Ich bin wirklich erstaunt, weil ich ziehe meine Zündstelle sehr scharf und sehr hart ab, dass der bis dato noch nicht hier rauskam. Der ist also sehr gut verleimt oder verklebt und, ja, wo ich hier gerade sehe, dass, ähm, dass man hier merkt, dass der abgezogen wird. Ich habe neulich ein Video gesehen, hat jemand mit, mit der Schneide seinen Zündstahl abgezogen. Ähm, ich denke, Bushcrafter wissen, dass diese Person nicht wirklich viel Ahnung hatte. Und es war auch ein deutsches Review zu dem Birka Bushcraft Plus. Ähm, so an, an und für sich ist der nicht schlecht, ne? Ich muss auch nicht sehr hart abziehen, eigentlich. Na, man sieht aber auch, dass nach meiner Modifikation, das Messer wirklich eine gute Arbeit leistet. So, und nach, ähm, dazu muss ich noch sagen, hier in dem, äh, äh, ne? Nicht Griffstück, in dem Schutz von dem, von dem, äh, Зündstahl ist hier oben eine, äh, ähm, Kompass eingebaut, so ein typischer China 10 Cent Bubble Kompass, also Knopf Kompass oder Backen Kompass. So und man muss ja einem Kompass immer ein bisschen Zeit geben, weil die sich auch an ganz normalen Feldern irritieren lassen, zum Beispiel wenn man irgendwas magnetisch an sich hat, hat zum Beispiel. Man kann ja auch eine Nadel magnetisieren und dann verwirrt das ein bisschen den den Kompass. Man muss denen dann ein bisschen Zeit geben sich zu neu zu orientieren und da ich ganz genau weiß, dass da drüben Norden ist, kann ich nachvollziehen, ob der richtig angezeigt hat und das tut er. Da drüben ist Norden. Was nicht bedeutet, dass jeder Kompass, der hier dran ist, also an diesem Zündstall, dass der immer korrekt arbeitet. Da ist mal eine Sache, dass man mal guckt, aber man sollte diese kleinen Kompasse eh nicht benutzen, um eine genaue Richtung zu bestimmen. Man sollte also meiner Meinung nach auch immer zwei Kompasse dabei haben, um sich zu versichern, dass diese Richtung auch korrekt ist, in die man geht. So, und jetzt komme ich zu meinem Fazit, zu diesem Messer. Für den Preis. Ich habe da glaube ich 54 Euro und der Versand war mit drin bezahlt über einen Versender bei Amazon. Oder Amazon. Das Messer ist so, für den Preis ist es nicht schlecht. Als Woodlor Klon steht es dem Original natürlich hinten an. Das ist klar. Trotzdem, für den Preis. Bei dem 440C Stahl, wenn er das dann auch ist und diesen wirklich, dieser wirklich schöne Scheide. Und dann hat er zugelegter Zündstahl und der kostet, da könnt ihr bei Ebay gucken, der kostet, ich glaube 3 Euro. Das hat ein schönes Ding. Man muss es halt ein bisschen nachschleifen, ein bisschen bearbeiten. Oben den Winkel auf 90 Grad schleifen. Und dann hat man relativ gutes, alltagstaugliches Bushcraft Messer. Also ich mag es und ich nehme es auch gerne mit. Auch wenn es gegen meinen Martini anstinkt. Trotzdem. Also für mich wäre, zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk oder Erstgeschenk für den Bushcrafter, wäre das zum Beispiel eine echt gute Idee. Ansonsten, wer einen Woodlor Klon haben will, muss natürlich bedenken, man muss es nachbearbeiten. Sonst ist man unzufrieden damit. Ich würde es kaufen. Also, ich habe es ja gekauft, aber ich mache da eine Kaufempfehlung. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertungen, Kommentare, neue Subscriber werden gerne gesehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag für den Zusammenhang.